2 noch nur noch nicht aussehen ja ja nun mal ein ja das war ich auch da um mit durch das Ding hier ja genau dann für ein solcher stören Sehen Sie die Spannung in den Stadterfahnden? So. Oh, ist das ein? Aber auf der Hand war, ich war es. Okay. So. 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 Tschüss. So. 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 Hallo. Das soll eine nervige Ruhe sein. Das soll eine nervige Ruhe sein. Dann hätte ich mal diesen... Ich habe keine Ahnung, was du nehmen willst. Ich nehme dir wahrscheinlich das Krippling. Surprise. Dann... Geh ich mal fetschen. Hätte ich schön Counter-Tab dein Team gemacht. Komisch. Das mag ich irgendwie nicht. Warum nicht? Irgendwie... Das sagt mir, dass das nicht so gut ist. Das ist ein bisschen so graf. Ah, aber da mach was echt, oder? Hey guys. Hey guys. Die große Geschäftswoge. Schön. Hätte ich mal Styrex? Ja. Tschöne. Hi. Hoi. Hallo. So viel gute Karte. Das finde ich schön. Jetzt zeig ich mal den... Jo. den einen hat er noch dann habe ich mal diesen da ich ein das wahrscheinlich auch genau die art von deckung nichts macht so viele nicht so dass du mit einem schwachen wach ist über 3 Das war alles. Komm mit. Die beiden drücken? Ja. Machst du noch starten an? Ja. Das schmeißt man auch aus. Dann geht es ziemlich einfach. Sehr gut, dass du die guten Garten fährst. Du kannst schon mal alles schwitzen. Ja, bitte. Ja. Das war schon gut. Ich habe jetzt mal wieder 2 in Playboard gepackt. Ich habe jetzt auch 3 in Playboard gepackt. Aber ich habe auch irgendwo verloren. Das war einer von den Spiel. Das ist jetzt auch kein Problem. Ja, das könnte alles wegmachen. Würde ich mir gerne anfangen. Ja. 20, ja. Danke, danke. Jo, ich hab zu lange. Schön. Schönen. 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 Ja. Also. Ja. Ja. Dann kommen. Ach, dann. Dann kommen. Ach, dann. Ja. Nein. Ja. Ja, ich bin. Ja. Ja, ich bin. Ich habe in Frankfurt mit Zwischenauf- und Einsitzesdeck in den Spielen gearbeitet, aber ich spiele die Arbeit verloren. Ich habe gestern gesehen, wie die Leute da alles voll ausforschen. Ich habe gestern gesehen, wie die Leute da alles voll ausforschen. Ich habe gestern gesehen, wie die Leute da alles voll ausforschen. die das war nicht so gut ich durch ein weiteres von einer an die ja 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 Ja, da... 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 Ja, da... Ja, da... Ja, da... Ja, die tut nichts, die will er echt nur spielen. Ja, das ist ja... Guck, sagt er. Ja, man muss bei L3 sie nur einen Buchstaben ändern, dann steht ja schon Nazi. Ich bin aber auch für fünf, sie sehen das Konzept. Die übernimmt Fern. Das ist ja ausgeschlädt. Ich spiele einfach Control Magic in der Volpe, ja. Ich überlege echt, ob ich noch ein paar mehr Talos machen werde. Ich habe noch zwei hier, dann wird dann 8 Mal extra zu den Karten. Und das ständige für 8 Mal, das war ja immer viel Karte. 13, 13, weil ich jetzt schwanko, ich denke dann zu, wir sind dann durch. Und ich mache immer so mega für den Mut, dass man zu aller Ankarten gegangen kann, weil dieses Casually, wie ich hab mein Mahler mitbekommen. Unser und die 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 kommen nur vor dem am der 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 die 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 ich bin alle meine Karten beschrieben ich bin alle meine Karten beschrieben ich bin alle anderen Karten Das war's nicht, ich finde man nicht so schön, aber ich finde man, dass alle Täter kommen und ich brauche zu fangen, zwei nach oben, kann ich da nicht dazu gehen, wie auch ein Video, als ich hier bin. Das waren die Letzte, die sie hatten. Ich denke, das ist gar nicht so gut. Und was ist denn der Cast-Core in deinem Text, der neuer Modul? Oh, ich war nach. Was war das? Da musst du ja erst mal haben. Ja, ich glaube, ich hätte noch mal. Nein, aber ich meine, du musst ja erst mal sehen. Ich war denn leer. Der ist auf 13 Maler und 21 Maler für alle. Aber es ist in Leitende, oder? Wie great, wer hat so dein Leitende? In mein Bestes. Du hast so great, was... Ich glaube, das macht man eigentlich nur um die Karte. Könnte ich aus dem Leitenden Land. Das heißt, du hast im Leitenden Land... Dann geht es in den Karten auf. Dann geht es auf. Wenn es auf geht, hast du genau die Meinung. Du kannst das mal sehen. Ja, oder du kannst doch noch mal sagen... ... wenn es zu sehen. Oder du kannst dann das auch mal sehen. Oder du kannst dann sein Zeichen auch machen. Was ist denn? Also um... Das ist wirklich... Meinst du, du hast noch mal diesen... Also du kannst weiter in den Karte auf. Wenn ich schon ein Zeichen verkoppelzeige... Das haben wir einen Karten reichen. Ich hab also 13,4 Karten. Sehr egal. Das wird bei 15,5 Karten auf. Das ist bei normalen Form. Das heißt, auch schon stattdessen wird einen Goldbrecher auf. Einmal neben mir zu Hause. Ich bin einfach mal um dich zu haben. Hallo, das ist kein Räumen. Ist das so ein geiles Name? Schock. Ich hab mich schon mit einer aus meiner Ahnung. Dann sind die ja perfekt. Natürlich brauchen wir noch einen rein, dass ich weiß. Wenn ich mir hier meinen Grisselbrennen träume, das ist nicht so gerne, dann habe ich ja noch nicht vergessen. Irgendwann schmeiß ich meinen Grisselbrennen in. Das ist der Check auch perfekt. Wollt ihr das jetzt so? Ich könnte ja einen Grisselbrennen vor wie wir es studieren. Ich glaube, das ist genau so. Ja, der ist perfekt, den sieht er auch wieder aus. Oh, jedenfalls. Ja, wenn schon, aber das ist ein Duel. Ja. Das ist der Bizex-Bohler. Ich bin gerne. Und dann lässt sich die Stände hoch. Dann kann die so viel machen. Was ist alles bezahlt? Keine Ahnung. Wir müssen mal nachholen. Sehr klar. Wir müssen mal nachholen. Wir müssen noch reinstecken. Und dann geht es mal zum Rissart, der hat sich weitergekommen. So, so, hat der Ding. Dann liegt noch bei diesen fiesen Sachen. Dann geht es mal schon weg. Jetzt kann ich mal ein Kärtchen. Ja. Surprise. Oho. Was hier das? Ähm. Ja. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei, zwei. Alter, wo ist er denn? Ja. Ja. Sechs mal sehen. Schlimmer. Schlimmer. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mal. Ja. Oh, jetzt mal vielen. Jetzt mal vielen. Oh, jetzt mal vielen. Ach, was? Ich doch niemals tue. Ei. Ach was? Ich doch niemals tue. So. Möchte ich gerne mal... Es kommt dann wieder über aus... Ja... Ja... Also, als Mord hat er einfach nicht den Fenster verloren. Ja, geht. Aber dann Rhythmus ist auch... Aber dann Rhythmus ist auch... Aber dann Rhythmus ist auch... Rhythmus ist auch... Rhythmus bringt Geiles. Rhythmus bringt Geiles. Das sieht doch aus. Ich finde es sehr hart. Also, es ist doch leider Spieler. Na gut. Wieso? Man kann nicht machen. Aber Rhythmus ist halt mega krass. Jetzt habe ich Zeit mit Slaughter-Games sie nachher noch vorzuholen. Dann macht dann irgendwann Bowls, Snappy Bowls. Und ich kann noch nicht lieben. Ich kann noch nicht lieben. Dann möchte ich das erst eine richtige Stelle ab. Und dann vielleicht... Im neuen Set kann ich noch mal nur E-30. Mäh. Ich kann zwar gerne noch mal reden. Da kommen wir. Ja. 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 Dann wird dann... Ja. 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 Ja 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 Nein, vollvenue. Ich könnte ja mal was anderes ziehen. So, so. Zwei. Drei. Sechs. Auf der Tropfen. Tschüss. Schaffe. Schaffe. So leid. 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 Also spielt tatsächlich Kevin. Das ist ja unglaublich. Und dann ein bisschen schleider. Auf mein Ansatz. Ja und von der dipol. So leid. So leid. So war es nicht gut. Kom wird. Komplett. Komplett. Wenn ich den Dekker auf Hungerwollt spiele ich den guten. Stimmt, ich hab keinen Hungerwollt, aber einen. Dann 8 für dich, ja? Ich 8 für dich, ja? Und die? Ja. So guck mich an, wie ich auch tatsächlich ganz nutze. Ich guck mich auch schon wieder. Ja, sagst der Dekker drauf. Der kann jetzt nicht so gehen. Ich guck mich gern hauen. Du bist eh. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Das wird jetzt wieder so sein. Komplett. Wir sind jetzt nicht so. Ich meine, wir können aber nicht mehr rein. So geht´ auch. Lass mal auch mal. Komplett. Das war denn so. Ja, komm. Ich sterbe, der nicht in der Runde. Ich habe einen Schatten weggelegt. Ich habe einen Schatten weggelegt. Viermal Gatschau. Oh, keine Wäsche, oder? Doch, aber ich war ja auch ein bisschen groß. Ein Beispiel für enger Dakt oder enger? Ich bin ja wie tatsächlich drei Dakt gelassen. Dann wie ich nochmal so gut darf ich jetzt. 1, 2, 3, Surprise, ich muss sich meine Karte ansuchen, Surprise, Alter, ja, so macht man natürlich nicht allzu viel, weil es so ein Schaden ist, das ist ja dann auch noch ein Schaden, das ist ja auch noch ein Schaden, komm schon, wow, sie war das auch gut, sie war auch, das ist ja auch, das ist ja mega geil, ja, glaube ich mal hier diesen Typen, ja, kriege ich vier, nehme ich so eine, gehe ich an, und das geht, das ist doch noch pein, Ananas, ja, echt, boah, von Ananas und Kugel, das ist aber, nee, ist das neu, das ist okay, Blut! Das kannst du ja eigentlich auch, das kannst du ja auch, das kannst du ja auch, das kannst du ja auch gleich wollen, aber du kannst ja gerne irgendwas Kaltes und Automatem umsetzen, du bist da eingefallen, ich hab da so was, jetzt zieh, ich gewisse einfach, meinen vierface... ...kenn ich mir das nicht rausgeben und finde, ja... Exalted! Ist unmöglich, Joa, es ist ja generell für den Dodgers, die wir das wenigste vegg chosen.. die Kunde und der Welt erhält sich das Nilsfrau Rundfunk die 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 kommen die 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 2 die kommen was anders als den Daten. Du hast es gesagt, du hast es nicht verständigt. Ist dein Spiel? Brot. Warum? Die OT nehme ich das gerne. Das ist wahrscheinlich dein Klubblick. Komm schon, Mann. Komm, lass mich nicht dursten. Ach, hier ist ein Punkt. Ohne die Kräfte. Ohne die Kräfte. Länger. Aber er hat nur eine Rückmeldung an den Höhlen. Stark, Leute. Oh, ich hab's nicht, was er eigentlich. Hm, das ist der Tag ist nicht so längst. Nee. Seid ihr kein Mann, wenn ich das Geld trotz in der Million hm, suche ich mir mal ein Land. Schade, da hätte ich so gerne den Wetter-Skull draufgegriffen. Der kann doch sterben. Oh, kein Basic mehr. Das ist ein Teil der Tüter. Punkt. Hier. Und Martin sagt, dass die Stream läuft nicht. Keine Ahnung. Ist alles, ist live, ist alles. Erstmal beleidigen. Ja. Ich hab grad mich mit Enger-Duck bei der Intro-Enger-Gerettet. Nein, Mann. Man muss doch lesen, was da draufsteht. Scheiß auf den Typen. Der Typ, ich seh ich schwul. Sieht scheiße aus. Und... Wow, fick dich Karte. Boah, die muss echt gut sein. Das ist der schlechteste Drower, den ich jetzt machen konnte. Okay. Ja. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, eins, zwei. Ich bin überrascht von denen. Die haben jetzt... Fittig. Nein. Das sind keine Unterpläne. Ja, go. Wow, jetzt zieh ich die Value-Karten. Gar nicht mal so scheiße. Bis auf sieben. Ja, aber jetzt ist die Karte nicht genehmigt. Ach so. Ja. Bist du tot, oder? Ja, ja. Ich hab mich mit Unified Rule gezogen. Ich hab noch Molten. Ich hab die ganze Zeit noch deine Grenze. Was? Was? Junge, das war aber auch ekelhaftet raus. Siehst du einfach mal vier Lände. Da kann man dich aber geben. Ja, ich hab auch noch Lände gezogen. Ach, jetzt wird die komische Action. Ach, guck mal, da sind die Cabets. Ja, kommen wir irgendwie nicht vorhin. Puh, was ein Comeback. Das war aber irgendwie... Wenn ich so lahm bin, dann... Ich denk mal, dann überholst du mir alles. Süd gern mal lang von dir zu der Kiebe. Naja, ich hab so hart nach Antworten. Ja, süd und verhofft. Ich war ja so gut wie tot. Die Nachkehrunde hätte ich noch was sagen können. Ja, ja. Ich muss doch mal Zeit, ey. Aber ich hab... Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, mir auch gehört. Gegen Typen. Ja. Wobei, gegen fette Typen auch nicht so... Das ist okay. Boah, weil ich... Das war so wichtig, Support noch sicher zu kommen. Sonst hätte ich... Äh... Nie wieder ein Wetter sogar gesehen. Ja, das stimmt. Deswegen mag ich da eigentlich nicht immer noch drauf an. Ich hatte keinen, ähm... Kann er verwalten. Das war gar nicht so gut gemacht. Das ist doch auch ein Tegel ist nicht. Ich hab... Ich hasse älterartige Kontinens. Super gut. Das ist auch so, das fährt sich fast von selbst aus. Was spielst du bei der Drasi schreit 2-0 auf? Ja, Chantus noch anders einfach. Bei Chantus irgendwas poppt auf. Besser mal... Bei Drasi ist einfach... Oder... Oder direkt... Äh... Discarden. Ja, genau. Kann ich's... Nein, kann ich... Discarden? Läuft. Ne, gut. Vor allem hab ich... Hat er keine Heile gemacht. Da mag Karten. Das ist Joshua. GameLoss. Zack, bring uns ne Karten. So schön. Ja. Wenn mehrere so aussehen, dann sind sie egal. Ja. Also, mehr random. Wenn du jetzt 4 Blattnuss hast und wir haben alles im Kratzer, dann... Sonst... Sollte das da gehen. Boah, was eine hässliche Hurenhand. Kiep. Aber ich bin ja untertreu, ne? Boah. 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 So geil. Boah. Oh am Arsch. Und game, ach scheiße. Boah. Oah. Boah. Boah. Die ist genauso schlecht, nur jetzt ohne Serienbeschütze. Ich hätte gern vorher abgehauen. Nämlich bei mir. Ich hätte echt so eine ziemliche Hand, nur, dass jetzt halt das Serum geschützt wird. Das ist die Karte vielleicht, die hat die Hand gebraucht. Das wäre eine andere anpackt. Ja, deswegen wäre ich recht, dass ich das ausbringe. Dann nochmal. Ah, jetzt wird's besser. Scheiße, ich hab mal gehört. Das ist L30, wie zieht es? Jetzt ziehe ich nur die 5 Flops. Ja, muss ich wohl mal halten. Okay, aber ich mal. Ja, komm mal dabei. Du bittest mal ein. Völlig. Ja, klar. Ja, klar. Wow, das sind die Störzlinge. Ja. Go. Geht, mach Fetchy. Ja, Fetchy, Fetchy. Fetchy. Fetchy, Fetchy. Fetchy, Fetchy. 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 Ja. Fetchy. 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 Oh komm, schieß ihn ab. Ich möchte ein Tempel. spiel 4 das kostet nicht das kostet Hallo. Hallo. Schon gespielt? Ja, das mache ich schon, ja. Dann... Möchtest du gerne hauen? Ja, bitte. Steppy. Dann... Schade. Dann dort. Ich meine... Ja. Hallo. Ich meine Pitsche. Schlechtere Kurs. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir hoffen. Das ist ein Entschaden. Ja, ich glaube, das ist auch ein Entschaden. Cool. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, ich habe auch gesagt, die Karten ist gut. Scheiße. Ja, das ist ja... Ja. Ja, das ist ja... 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 Hallo. 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 Das ist ja auch nicht so gut. Ich würde mich mal anschauen. Ich würde mich einschauen. Ach. Sie sind blöd. Jetzt... Joah... die Hörer nicht mal so ein Land. Haha! für den ganzen Preis. Tja, es ist immer so. So kann es gehen. Ähm... Na, den kannst du mal. Noch einen Schritt, der steht da. Ah, das erste Mal beim Leben, das die Obo-Bohrub ist, das kann man auch so richtig sein. Aber wenn das die Obo-Bohrub ist, dann ist das wichtig. Aber wenn das die Obo-Bohrub ist, dann ist das wichtig. Ich weiß, das kann kein Lender. Da kann man nur noch keine Före, das kann man auch nicht mehr. Da kann man nur noch nicht mehr sehen. Ja, ich wollte einfach... Ah, das ist ja... Ja. Ja. Smell Drasi. Ich glaube noch gerade. Manchmal Smell Drasi. Ja, nicht so schnell. Das ist schon mal gut. Du kriegst ein wohnes Leben. So nicht dein Wörter, ja. Ja, davon gibt es ja. 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 Das ist echt gut. Das ist ein guter Blocker. ich hätte auch die bauzeiten machen können dann hätte ich mal ja auch die oder wohl wäre auch schlecht gewesen sein den kontakt wieder auf lange sicht kann sie immer anfang zu gehen also wenn du zu weit und zwar zwei haben wir nicht nur blocken dann muss das jetzt einer kontakt der die spiele wollen die beiden hatten hat er alles gewonnen Ohne oder anverloren? Ja. Also den Namen möchtest du anweisen? Ja, ja doch. Schauen wir den Fehler. Naja. Mindslaver, Ancestral Vision Suspect, denke ich, dann sieht man auch ein Kammer. Das hat gestern auch so. Dann aktiviert die Kommen. Das war ja auch. Nicht eine freche Woche. Das ist echt eklig. Hm. Kein rotes. Kein Spell. Kannst mich hier kippen. Wann soll ich den da weg? Wann soll ich den da weg? Ich dachte, du siehst es nicht. Das ist Hölle. Kann ja sein. Ich wollte noch fragen, siehst du es? Nein.